Rose Fröhlich, heute echter Patientenfall, Thema Krankenpfleger in der Notaufnahme und die Fragestellung, was kann der eigentlich essen? Ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante. Ich bin Diätassistentin von Beruf mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Heute mit einem echten Patientenfall eines Krankenpflegers, der mich in der Praxis aufgesucht hat, in der Notaufnahme arbeitet und die wichtige Frage gestellt hat, was er da überhaupt essen kann. Hier geht es um die hauptsächliche Fragestellung von einem Zeitintervall, in der Regel 8-9 Stunden, je nachdem wie das mit Überstunden ist, wo eventuell sehr wenig Zeit da ist, gar keine Pause stattfindet. Und da war die Frage, gibt es da eine Möglichkeit, überhaupt ins Essen zu gehen? Die Antwort ist ja, die gibt es. Das Wichtigste ist, dass man probieren kann. Wenn ich jetzt schon weiß, ich werde in den 8 Stunden nicht genügend essen können, dann ist es sinnvoll, einmal vorweg direkt zu essen. Also wenn ihr sozusagen kurz bevor ihr den Dienst antretet, zum Beispiel beim Umziehen, nochmal eine Scheibe Brot zu essen. Das gleiche gilt auch, ist die Arbeitszeit um, auf jeden Fall dann die Vielfügbarkeit von Essen zu haben. Also zum Beispiel bin ich fertig mit dem Dienst, gehe ich nach Hause, kann ich auf dem Weg nach Hause zum Beispiel ein Stück Obst essen oder auch nochmal eine Scheibe Brot. A, damit ich nicht so ausgehungert nach Hause komme. Wenn ich den Dienst selber habe und die Möglichkeit besteht, dass ihr, und das können die meisten ja trinken können, und dann kann man parallel zum Trinken auch gucken, ob ich eine Art Eiweißshake mache. Also zum Beispiel eine zweite Flasche, wo ich Joghurt mit Geschmack, Naturjoghurt mit Früchten püriert, zum Beispiel als sogenannten Eiweißdrink oder als Joghurtdrink. Es geht natürlich auch um Fertigjoghurt mal. Das heißt, dass ihr dort eine Eiweißquelle einbaut. Und häufig ist es ja möglich, wenn ich einen Becher habe, dass ich zum Beispiel dann auch zwischendurch trinken kann. Und das Gleiche kann ich natürlich auch immer mit einer Eiweißquelle gut machen. Wenn das am Arbeitsplatz, je nachdem, da muss man ja ein bisschen gucken, wo bin ich unterwegs, wenn ich am Patienten bin, kann ich ja nicht unbedingt essen. Aber in dem Moment, wo ich vielleicht rausgehe und in das nächste Zimmer muss und vielleicht die Option habe, dass auf dem Weg auch der Aufenthaltsraum ist oder ich eine Brotbox zum Beispiel am Empfang, am Tresen, etwas tiefer vielleicht liegen lassen kann, dann gibt es auch für manche Krankenpfleger und Helfer und das Gesamtpersonal, es gibt Ärzte und Ähnliches, die Möglichkeit auch häppchenweise das Brot zum Beispiel in eine Box mit Deckel legen zu lassen. Dann kann ich nämlich zwischendurch essen. Einige haben ja auch einen Aufenthaltsraum. Wenn die Möglichkeit besteht, da die Box stehen zu lassen, dann hat man ja mit dem Deckel drauf, dann brauche ich nur das Häppchen nehmen, schwupps im Mund und kann ja sofort weiter im Dienst unterwegs sein. Also manchmal ist das die Möglichkeit. Ich weiß von den Leuten aus der OP, dass sie sozusagen im OP-Bereich rübergehen können und dann tatsächlich auch zwischendurch was essen können. Wenn wir natürlich richtig Pause haben, uns hinsetzen können oder an einen anderen Ort gehen können, dann kann man sich die Brotbox mitnehmen. Wenn ich die Möglichkeit habe, kann ich Joghurt essen. Ich kann natürlich auch schluckweise den Eiweißshake einbauen. Ich kann in die Brotbox natürlich auch noch Gemüse reinmachen, Salatgurke, Möhrensticks. Wenn ich einen höheren Sättigungseffekt haben will, kann ich Käsewürfel nehmen, zum Beispiel Salamisticks. Das sind ja alles Sachen, die ich mal eben, wenn ich so kleinere Bereiche habe, kann ich die sozusagen in den Mund nehmen und habe den Vorteil, dass es diese Häppchenart hat. Und viele kennen das immer, die die Kinder haben, dass man ja immer, wenn die Kinder klein sind, aber dann schon gut essen können, die zwischendurch dann fragen, kann ich was essen? Und häufig ist es so, dass man dort auch immer die Brotbox hat und was mitnimmt. Und die gleiche Idee ist hier genauso, wenn ich jetzt am Arbeitsplatz unterwegs bin. Das heißt, da müsst ihr so ein bisschen gucken, was möglich ist am Empfang, am Tresen oder einige können auch die Brotbox rausholen, wenn sie zum Beispiel am Computer sind und Dinge eingeben. Da muss man immer gucken, wo das steht und wie auch die Option sozusagen am Arbeitsplatz ist. Wenn Botengänge gemacht werden oder wenn man Bereiche hat, wo man zwischen den Stationen oder in den Etagen, je nachdem, unterwegs ist, dann kann man zum Beispiel auch gut Müsli-Riegel in die Tasche stecken. Zum Beispiel, es geht auch eine kleinere Tupperbox zum Beispiel mit Brezeln, Salzstangen. Natürlich kann ich auch kleinere, also ein halbes Brot zum Beispiel als Häppchen da rein machen mit Käse, Wurst, Wurstaufschnitt, bisschen Tomakel, Gurke da rein oder vielleicht auch einfach nur ein Salatblatt. Je nachdem, wie ihr das für euch haben möchtet. Das heißt, es gibt immer eine Möglichkeit. Wichtig ist, Essen einbauen. Warum? Wenn ihr nämlich die ganze Zeit gar nichts esst. Für die, die vielleicht die Videos schon gesehen haben, die Leber fängt immer an, Ersatzzucker zu liefern, wenn wir gar nichts essen. Warum? Weil das Gehirn Energie braucht. Und wenn keine Energie kommt, deswegen ist eben auch immer Eiweißshake, Quark oder ähnliches möglich. Natürlich könnt ihr auch Pulvershakes nutzen, wenn jemand das jetzt nutzen möchte, Fertigjoghurt. Es ist immer noch besser, eine Eiweißquelle oder eben auch zum Beispiel Brot, Brot, Brötchen einzubauen, damit das Gehirn Energie bekommt und damit auch die Muskelzellen ihre Energie bekommen und wir dadurch nicht in diesen Notfallmodus rutschen, den, den wir immer haben, wenn wir gar nicht essen. Also Essen einbauen. Für alle, die die zunehmen wollen, ist Essen einbauen natürlich auch immer sinnvoll, weil die ja immer ganz schnell auch wieder ihre Energie verbrauchen. Das heißt, für den Bereich haben wir dann nachher ausgemacht, dass der Patient das ausprobiert mit der Brotbox und er wollte das gerne auch mit den Quark und Joghurt essen, um die Eiweißlast nochmal zu erhöhen, weil er ja auch so viel durch die Gegend düst. Und ja, ihr seht, einiges ist tatsächlich möglich. Da muss man einfach immer so ein bisschen gucken, was passt zu einem persönlich. Ja, ich hoffe für alle, die da draußen in der Medizin unterwegs sind. Ja, vielen Dank euch schon mal an dieser Stelle und natürlich allen anderen Menschen, die arbeiten und ihre Leistung teilen, auch vielen lieben Dank. Ganz liebe Grüße an euch alle. Habt einen schönen Tag, eure Sandra. Und denkt dran, ihr wisst, wie das geht. Plus weg oder Abo abschließen. Je nachdem, auf welchen Kanälen ihr mich seht. Ich freue mich über eure Kommentare, wie ihr das überhaupt, für die, die Krankenpfleger sind, die in der Medizin unterwegs sind oder die vielleicht auch ähnliche Jobs haben im ambulanten Bereich. Ja, schreibt mir gerne einfach mal in die Kommentare, wie es euch so geht mit dem Essen. Ganz liebe Grüße. Ich freue mich auf euch.